hallo freunde von meinem kanal wild animals from east germany mein heutiger film handelt über das rehwild und es ist herrliches wetter eiskalte luft klare sicht sonnenschein so dass ich mal wieder meine handkamera mitgenommen habe und einen wunderschönen film über das rehwild gedreht habe und zwar geht es da speziell um das bellen oder schrecken wie der jäger sagt dieses bellen oder schrecken das macht das rehwild das ganze jahr über und also nicht nur zur platzzeit sondern es ist so was wie ein warnruf manchmal auch ein angstruf und in diesem falle hier glaube ich versucht die ricke ihr kids aus dem letzten jahr was jetzt ein schmalre ist auch selbst mal darauf vorzubereiten dass es ein bisschen obacht gibt und sich nicht nur auf die mutter verlässt so habe ich das oder so deutlich dass jedenfalls in diesem film ja und wie man so auf den name schrecken kommt das kann ich mir nur so vorstellen dass wer schon mal diesen diesen ruf des res gehört hat diesen wahren ruf ja er hat wirklich irgendwas erschreckendes an sich ich hoffe euch gefällt der film und schöne grüße vom tierfilmer frank gotzmann aus mecklenburg vorpommern macht's gut und tschüss ab 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 Oh, 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 oh. Ah! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.